Hey und Willkommen, ich bin Herr Bergmann und ich begrüße euch zu einer runde Minecraft-Party mit Debitur Palutmus Sturmwaffel. Hallo! Hallo, ich kann nicht springen! Hallo! Du darfst auch nicht springen. Achso. Oh, ich hab's verstanden. Ich bin auch da. Ich hab's nicht verstanden, was man da machen muss, jetzt hab ich's gesehen. Ja. Nee, das läuft nicht so gut hier. Ja unten links steht, na. Oh, Sturmwaffel. Immer ne schöne Beschreibung, was man dann letztlich machen muss. Ja, war ein bisschen kurzfristig jetzt. Geh mal rein, nehm mal auf, mach Ansage, go! Wie das A-Team. Genau. Und dann beim nächsten Mal spielen wir uns wieder raus. Ja, kein Problem. Also, was hast du mitbekommen, ne? Ich glaub, da spielst du ja grad zum ersten Mal, ne? Ja, genau, ich spiel's zum ersten Mal. Wir sind hier auf so einer Art Mario-Party-Server für die Leute, die's gerade bei mir sehen. Nichts hat Nintendo dat claimt hier, ne? Sicher. Nein, Quatsch, die setzen da bei dir Werbung und kriegen deine Werbeeinnahmen, dann passt das. Ah, okay, dann geht's, dann geht's. Das ist üblich eben. Wie viel da seid ihr geworden? 27. 28. Hey! Okay, nächstes Spiel. Aber was war das denn jetzt? Boah, hier musst du die Tiere töten. Das boykottier ich. Hier ist die da gestorben. Stimmt. Die da das Huhn. Achso, so Mini-Mini-Spiele, geil. Ich guck lieber weg. Ich guck lieber weg. Ich guck lieber weg. Ich guck lieber weg. Ich bin immer weg. Oh, minus 50 Prozent, das war dumm. Ja, ne, das sind die BSI-Hühner, die da sind. Oh, da kommen sie alle drauf hier. Also, ich find das, ich find einfach schlecht in sowas, glaub ich. Boah, so ne Kuh, die gibt immer drei Punkte, ey. Oh, ne, ich hab Minus gemacht, nein! Guck mal hier, BSI-Hühner, die dürfen eigentlich nicht. Muss dein Kühe öfter hauen? Bitte? Muss dein Kühe öfter hauen? Hier, zweimal. Ach du Scheiße, hab ich die nur weggescheucht. Direkt an meine Hände. Und ich dachte so, boah, geil, drei Kühe. Und ein Minus. Jackpot. Lass mal die BSI-Hühner töten, ey, das geht nicht. Das geht einem nicht. Birx, wenn du... Jetzt komm doch her, du blöde Kuh! Was ist denn da los? Fünfter! Einundzwanzigster! Wuh! 18. Also, ich bin mehr für vegan. Schöner veganer... So, hier haben wir jetzt einfach Schneeballschlacht. Alle gegen alle? Ja. Okay, schön. Man muss allerdings erstmal mit der Schaufel die Bälle holen. Ach du Scheiße! Oh, ich bin direkt tot! Ey, das kann nicht angehen, ich bin wirklich das Totenschlechtensmann. Mach alte Taktik, erst mal abcampen. Birkman Rises, das kommt erst... Birkman Rises, sehr gut. Das kommt erst mal gegen Ende, ja. Ich bin total nubig. Na, komm. Bist du schon tot? Ne, ne, ich bin einfach in der Ecke und warte, bis alle tot sind. Pussy-Mode, kenn da doch. Oh, da ist der Nächste. Wo ist Devitorn? Na, wo bist du durch? Ist sogar ein Mod auf dem Server hier. Ich farm grade Schneebälle. Willst du ein kleines Igloo bauen? Ja. Aus Schneeballen, genau. Fuck, die Schaufel ist... Na, Quatsch. So, jetzt hab ich genug Schneebälle, jetzt kann ich raus. Jetzt kann die raus. Oh, 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 oh! Oh, fuck! Oh, da kommt der Showdown. Oh, ich mach jetzt mal Schneebälle. Ah, cool. Er baut über mir ab. Also, ich hab noch genug. Nein! Oh! Da oben ist ja noch eine. Paluten! Ich dachte, wir wären Freunde! Im Krieg und in der Liebe gibt's keine, keine Freunde. Das tun wir allein. Okay, ich hoffe, dass... Der Mod, der Mod! Paluten! Was denn? Den snack ich jetzt... Oh! Wo war der denn? Unten. Der hat aber... Irgendwas drin. Ja, 5 da! Ja, 20. Gar keiner, wuh! Hier musst du übers Minenfeld rennen, das ist auch ein bisschen eigenartig. Kann man übers Minenfeld rüberspringen oder wie läuft das dann? Einfach straight up, so wie man es bei einer Mine machen würde. Fuß drauf, los geht's. Ah, direkt tot. Hä? Okay. Also schon drüberspringen, ne? Also nicht wie bei einer Mine. Ja. Snach! Ja, schade. Paluten, du rennst direkt in mir drin, ey. Das ist ein bisschen doof gerade. Irgendwie war sehr lenkig. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Smurfel! Ja. Ist zu Ende, Birxman. Hä? Ey, Smurfel hat gewonnen, krass. Hatt ich verstanden. 22. Hier musst du jetzt geradeaus rennen und du hast unten immer die Blöcke. Wenn's grün ist, rennst du. Bei Gelb hörst du auf zu rennen. Okay. In Rot bleibst du stehen. Also bei Gelb sollte man eigentlich schon aufhören. Volle Konzentration. Okay, ich bin wieder hinten. Scheiße, Mann. Aber ist eigentlich cool, das Spiel. Habt ihr Sprinten? Oh, nein. Oh, ich bin wieder hinten. Scheiße. Hi, Bergmann. Hi. Habt ihr Sprinten eigentlich auf einer Sprint-Taste? Och, nee. Das war aber sehr schnell. Sind, glaub ich, fast alle zurückgeportet worden, oder? Das war so schnell. Alter. Ich denke, Scalp, kannst du noch ein bisschen laufen? Nee, kannst du nämlich nicht. Das ist blöd. Boah, das ist aber sehr lang jetzt gerade. Ach nee, da war ich wieder in der Luft. Das ist ja riech... Ja, Mann, die ganzen Vierkis da vorne. Jawoll! Oh ja! Ich hab mich so konzentriert, ich war so leise. Der gute Fürze. Hä? Okay, 31. Was war das denn? Und das ist einfach nur ein Spleef, ne? Ja, der Boden kann eben abgebaut werden und du musst tunlichst eben vermeiden, vom Schnee runterzugehen. Okay. Aber wenn du es tunlichst. Wenn du es tunlichst vermeiden. Geh doch bitte weg von mir. Dankeschön. Aber die haben alle eine Schaufel Eiche auch da in dem Slot. Sehr gut. Mit den Schneebellen, wenn du die wirfst, kannst du halt auch die Blöcke unter den Leuten kaputt machen. Oh Gott. Fies, Alter. Eigentlich kann man die ganze Zeit auch nur rumspringen. Weil nach einer Minute dreißig hat man sowieso gewonnen. Wenn man überlebt. Oh, da sind die Sturmwaffeln. Da ist die Sturmwaffel. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wie kannst du denn nicht runterfallen? Oh, das war knapp. Ich muss sagen, ich finde die Arena sieht cool aus mit diesen Pixel-Arts. Mit den Figuren, ne? Auch von denen, ja. Ach ja, jetzt kann ich ja mal ein bisschen gucken, wenn ich sterbe. Ah ja, okay. So ein Balloon nochmal rauskicken. Oh nein. Jetzt hat er mich gekickt. Aber das sieht aus wie die erste Arena. Krass. Karma, Karma. War Karma. Sieht aus wie welche Arena? Die erste von gerade. Wo ich sofort gestorben bin. Mit den goldenen Blöcken. Ach so. Ist, glaube ich, auch die gleiche, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hier gab es auch mal irgendwo hinter einer Tribüne so ein Feld. Jetzt nicht snacken wir weg. Jetzt nicht snacken wir weg. Nein, komm. Wo bist du eigentlich? Du alter Schleppner. Ja, wie gut, ey. Oh, 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 Berksmann. Oh, da kommt der Showdown. Oh Gott, ich habe wieder Sprintberg. 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 Jeder hat es gesehen. Schaut meine Videos. Jeder hat es gesehen. Ist hinter mir? Ich habe Angst, mich umzudrehen. Alle Schäbungen hier. Ich hatte einen Hüpfbalk und da war schwarzer Boden. Der gute alte Hüpfbalk. Voll cool. Hier ist so ein Männchen am Boden. Ach, kuss du her. Ja, komm. 20 Sekunden. Warte mal. Komm, weißt du, dass wir einfach zusammen überleben. Weißt du, versuchst hier so eine... Guck mal, ey. Okay, okay. Ich reiche dir die Hand. Ja, reichst du mir die Hand? Ja, ja, ja. Oh, Alter, Sprintberg. Bitte ganz ruhig. Da sind sie. Jetzt habe ich hier aber irgendwie so ein bisschen Sprint. Ja, okay, wir haben beide gewonnen. Sehr gut. Shake Hands. 13. Aber da kriegt man nichts, oder? Zähne. Oh ja, jetzt baut sich der Boden so nach und nach ab. Also auf rote Blöcke. Mit Farben das? Ja, genau. Umso rote der Block. Und dann der andere Teil vom klugen Reim an der Stelle. Okay. Eigentlich kann man auch ganz oft einfach nur auf den weißen Flächen stehen bleiben und dann zum nächsten weißen Block kommen. Ah ja, stimmt. Gute Idee. Oh, wird gelb. Oh, ich mach das lieber nicht, ey. Oh, da war gelb. Da war rot. Nein! Oh, oh. Warum explodiert das hier? Das sind dann die roten Blöcke, ja? Ja, genau. Die sind dann rot und dann macht's Peng. Peng. Okay, ich geh mal ein bisschen weiter. Ich nehm jetzt einfach wieder die Taktik hier. Ah, und einmal springen hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh, fuck. Oh, fuck. Könnt ihr mal ein bisschen mehr sterben? Oder das wär super? Uh. Das wär geil. Okay, auch mal ein paar Punkte. Nein! So. So. Ach nee. Oh, nein. Jetzt konnte ich nicht mehr rennen. Schade. Zweiter, komm. Einen noch. Überbrück den. Wie kann der denn noch... Ja, ich hab gewonnen. Krass. Ich bin Fünfter. Ey, hier muss einfach... Das ist gut. Das macht echt Spaß. Ihr dürft jetzt alle noch spielen, ey. Ich bin so ein Noob-Noob-Status. Ich guck da nicht mehr zu, ey. Riecht traurige Geschichte gerade. Alter, das hab ich... Ah, das ist ja nice. Oh, nee, ey. Ich hab echt... Also echt... Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh. Hopp. 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 Wie ist das denn immer alles so schnell? In dem... Oh, ach. Und das wenn man runterfällt wieder am Anfang? Paluden da vorne. Paluden da vorne. Wenn man runterfällt, ist dann wieder am Anfang? Genau. Ach du Scheiße. Nein, das hab ich noch nie geschafft. Zipter! Guck mal, jetzt kann's wieder gut machen. Ich glaub, das kenne ich. Aber warum ist denn hier ne Lücke im Boden? Kann man da runterfallen? Was passiert dann? Oh nein, ich bin tot! Ey, ist das denn ne Lücke? Ich hab... Ich hab... Ich hab Bugs. Ey, das kann ich gar nicht sagen. Ich hatte auch Lügen. Boah, sind die Scheiße. 1, 2 drücken? Ja, ja. Und euch dreimal im Kreis drehen und dann... Jumbalabumba. Und einmal die 2 an die 90-40-40. Nein, kennt ihr das nicht. Wenn ihr einfach so zum Beispiel in der SG so nen Bug habt, dass ihr euch nicht mal richtig bewegen könnt, dann müsst ihr eben den Waffenslot wechseln. Und dann passt das. Was? Was hast du denn vor Bugs, ey? Wär's von euch noch drin? Verlooten oder nur Devito? Nee, ich bin gar nicht drin. Ich bin schon lange draußen. Achso. Ich glaub, wir haben alle nicht lange gelegen. Ich war unter der Map. Ja, hier musst du einfach nach unten graben. Und dann sobald du... Genau, meinen. Sobald du Diamanten hast, kriegst du Punkte. Und die Smaragde gibt's hier auch. Kriegst du noch mehr für. Okay, go! Runter, 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 runter. Na? Hä? Hier? Huh? Nein, du Klaus, wir meinen, du! Nee, nee, ich sag da nix zu, ey. Dann blöd man den mit mir runtergraben. Hier, guck mal. Geil. Diebische Älster. Der mag's, ey, ich hab nix verloren, ist alles gut. Der puddelt der mich einfach runter, der Typ, ey. Der puddelt der mich einfach weiter nach unten. Muss man die auch einsammeln? Ja. Ja, klar. Ja, hätte sein können, dass die dann... Welcher Welt lebst du denn? Das ist Traum und Fantasie. Ah, cool. Hier ist eine Competition. Boah, ich fühl mich hier voll der Babbo und bin mir schon voll schlecht. Der Börzmann snackt hier ganz gut. Ditt, 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 ditt. Ey, ich find auch gar nix mehr, Leute. Ne, ich auch nicht. Dreizehnter. Oh, wie viel da bin ich? Achtter. Neunzehnter. Eieiei. Boah. Schon wieder die Hühner töten, ey. Oh, Mensch. Ach, das kann ich jetzt. Immer motiviert. Ich merk schon, ich bin nicht so der Gewinner-Typ irgendwie. Ja, aber darum geht's ja auch nicht. Dabei sind jetzt alle, das hast du ja vorhin selber gesagt. Das stimmt. Die guten Wörter. Ja. Aber diese Minus-50%-Hühner, die sehen so aus wie die Atmen von Beidem mit ihrem pinken Namen. Da willst du immer einen Doppel- und Dreifahrt draufschlagen, ne? Ja. Mach ich aber die ganze Zeit. Oh, das ist arme Huhn hier, Minus-50%. Ach, Mensch. So, da haben wir noch n Huhn, noch n Huhn. Nein! Wer wirft eigentlich immer die Eier? Big Mac. Die kommen aus der Luft und da spawnen halt die Hühner. Ah, okay. Ich dachte, die haben ja Leute angestellt, die hat immer jede Runde machen. Ja. Ja. Na klar. Praktikanten, die machen das ganz klar. So nen Lebensjob, weißt du? Die machen halt gerne. Boah, so ne Kuh zwischen minus 50% ey, das ist ja krass. So, komm. Patz. Und das minus 50% Hühner noch und das minus 50% auch. 26. Zipter! Krass! Oh, du bist... Krass! Da war bestimmt auch n Dieder dabei. Der alte, der alte ist schlechter. Ich hoffe, da war n Dieder dabei. Oh, habt ihr das gehört, Leute? Oh, krass. Der arme Dieder. Gucken wir das mal wieder an, beobachte ich hier. Ding. Wieso beobachtet? Ist das schon der Tod, oder was? Ne, ich bin nur so n Noob-Status, ich kann die Teilen nicht spielen. Hä? Ach, echt? Ach, du bist... Ah, okay, du bist schon draußen, oder was? Ja, ja, klar, die kann ich von Anfang an nicht... Ach so, was kannst du denn da machen? Ähm... Ne, also du hast ja irgendwie diese begrenzte Zeit und dann kann ich so zwei, drei Spiele nicht mitspielen. Also dieses Hüpfteil nicht und dieses Schneeball-Teil. Ah, okay. Also dann kann man irgendwie drei, vier Spiele nicht mitspielen. Das ist aber nicht so tragisch, weil ich guck mir das von oben an, vor Perspektive. Boah, cool. Ich hab mich auch grad töten lassen aus Solidarität, also von daher. Ja, genau, damit du ein bisschen mit mir rumfliegen kannst. Oh nein! Ja, ich hab auch... Guck mal hier seinen Bikini. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Pixel, ja. Lauf nicht weg, nein. Gangbang. Da kommt der auch rangeflogen. Da lass mich doch direkt töten. Guck mal hier. Eine heiße Schnitte, ey. Das bestimmt auch wirklich im Leben so eine schöne pinkhaarige... Guck mal her. Ja, genau, pinkhaarige. Ach, das ist ein Moderator in die VIP. Die Maxi von High Five. Ja, genau. Ah, ja, genau. Grüße. Die will immer wegrennen. Wie? 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 Warte, wir kreisen sie ein. Ich muss kurz gestehen, dass ich ihren zweiten Teil des Namens auch gerade als Facial irgendwie kurz erwiesen. Wir wollen nicht wissen, was du googelst, sondern... Recherche. Alles Recherche. Ah, sehr gut. Und das hat mir besonders viel Spaß gemacht, das Spiel hier. Wir hatten noch gar keinen Horserace oder so, ne? Ja. Das enttäuscht mich auch ein bisschen. Stimmt. Und Demi-Tür. Es gibt nämlich auch hier Rainbow Roads. Ach so, cool. Mario Kart. Das ist auch total cool. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal sterbe. Ich springe doch im Konter drüber. Weißt du, wer Palut nicht in mich reingerannt? Jo, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Oh, da ist das Ding, da ist das Ding. Komm, komm, komm. Ja, das kann das nicht. Ja, das ist mein Spiel. Das ist mein Spielmodus. Das ist auch cool. Unten in deinem Inventar kriegst du Farben angezeigt. Und auf die musst du dann ganz schnell drauf springen. Und dann verschwindet die Plattform nämlich. Ach so, scheiße. Mhm. Solidarität hab ich grad schon runtergesprungen. Sehr gut. Okay. Und am besten ist da die F5-Sicht. Also wenn du in der Third-Person bist. Das geht irgendwie am besten. Danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Ja, ne, ne. Hab ich von MC Expert, der hätte das gemacht. Oh Gott. Bist auch ein Experte. Oh, oh, Purple. Man geht wahrscheinlich immer schneller, oder? Ja, genau. Am Anfang ist es noch easy und dann wird es echt. Oh, oh. Bei den Grünen weiß ich immer nicht, welches guckt. Das wusste ich. Ich hab einfach dafür echt ein dämliches Texturen-Paket. Oh, ich bin tot. Ach komm, Kinders. Was ist denn da los? Und dann weiß. Boah, war das weg. Uh. Wobei ich auch ein bisschen aufpassen muss, weil ich nämlich verhäuft in den Kommentaren gelesen hab, Bergmann flüchtet sich immer nur in Ausreden. Das fällt mir gerade auch sehr auf, sehr wohl. Mein Gott. Oh Gott. Lebt noch einer von euch? Ach ne, du. Ne, ne, ich bin gerade raus, so. Okay. Ach guck mal, Mario ist sogar da. Ja, wir haben Ehrengäste heute. Oh, hallo. Eat's him. Eat's him. Oh ja, Mario, schläg mal. Und der Weihnachtsmann. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt schon wieder ein Game, weil ich nicht mehr zocken kann. Das ist ja lieb. Oh. Oh. Ich begleite euch dann alle so von oben schwebend. Sehr gut. Jetzt kannst du ein bisschen kommentieren. Oh. Unpaluten und Bergmann ganz nah aneinander. Debitor ist höchstwahrscheinlich schon tot. Zweite Mal schon. Wo bist du denn? Unpaluten schlägt sich noch immer wagger. Ganz vorne jetzt. Auf die Eisplatte. Auf die Eisplatte. Und er springt. Ich hab noch nie die Eisplatte gesehen. Ich würd's so gern mal sehen. Das ist ne Eisplatte? Oh, jetzt schon wieder dieses Spiel. Sag mal, gibt's weniger Spiele? Kann das sein? Naja, aber das Einzige, was wir noch nicht hatten, war glaub ich, dieses Horse Race. Das ist das Einzige. Ja, Horse Race. Oh, ne, bei dem Spiel muss ich mich voll konzentrieren immer. Boah, krass. Oh. Aber wir nehmen auch schon voll lange auf, ne? Vielleicht sollten wir langsam... Wir können ja ein Spiel noch abwarten, wenn das immer noch oben nochmal das gleiche ist. Ja, die haben ja auch das mit den Punkten irgendwie. Die muss dann mal erster werden. Nur erster einmal. Gut, Jungs. Also diesmal Doppelstunde hier. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf! Oh, oh nein. Okay, da ist es. Ach, perfekt, ey. Das würde nicht mal ansonstenfalls gelb tun. Dann sind wir mal runter, hier, so vom Grunde. Puh, 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 puh! Nein! Nein! Oh! So knapp? Nein! Zweiter! Wieder Giga-Dream! Oder Giga! Giga! Ich bin Sechster gewesen. Ja, das hat man auch noch nicht. Okay, das ist richtig gut. Das ist fantastisch. Oh, was muss man da machen? Da kommt gleich ein riesiger... Ist eine Überraschung, ist eine Überraschung. Ja, wie so eine Krake. Das ist total abgefahren. Du musst einfach diesem ganzen Zeugs hier ausweichen. Ah, geil! Ist ja cool. Ja, das ist echt extrem eigenartig. Äh, extrem einfach. Ah, mich hat's jetzt draußen. Ach Gott, ey. Ich hab das noch. Easy, ey. Ja, von oben sieht's auch cool aus. Bei der Showdown zwischen Palun und mir. Oh. Puh! 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 Nein! Nein! Heftig! Ich war viel zu weit weg, ey. Ich war viel zu weit weg. Diesmal schafft das Giga-Dream nicht. Das sieht ja verdammt Hammer aus. Ja. Aber was für Ideen die Leute teilweise waren, ne? Ja. Das erinnert mich immer hier an ... Habt ihr, ähm ... Link's Awakening gespielt auf dem Gameboy? Ja. Den Zelda-Teil? Am Ende. Der hat doch dann Ganon da verschiedene Formen. Oder zumindest dieser Endgegner in dem Ei. Der macht sich auch immer irgendwann zu so einem ähnlichen Konstrukt hier. Spoiler! Spoiler! Oh! Oh, ist er weg! Ist ja schon ein paar Tage alt das Spiel, da geht das. Ja, hallo. Aber, aber ... Evergreen. Aber so weit. Okay, bevor wir das jetzt nochmal machen, würde ich es ja beenden an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Und, äh, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann! Tschüss! Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!